Lucien Kern auf Bahn 2, David Nacchi auf Bahn 6, das die Favoriten und dann ist das Feld offen. Da geht es um die Zeit und schafft es vielleicht ein anderer Athlet noch unter der 11 Sekunden Marke. Es ist Nacchi, der gewinnt vor Kern und dann ist es vielleicht Patrick Ankleen auf der ersten Bahn. 10.64, eine gute Zeit für David Nacchi, das ist persönliche Bestleistung. David Nacchi setzt sich da souverän durch.